Hey Leute, was geht? Hier ist... Ich bin wieder hier. Und diesmal weiter mit Donkey Kong 64. Der Herr die ganze Zeit, in letzter Zeit sowieso nur Mario kam. Und das will ich jetzt mit diesem Part endern. Listen up! They collect 15 coins on this pleasant sound! Blablabla. Es interessiert mich einen Scheißmann. Voll noch die falsche Musik. Jump! Jump! Und Jump! Einfach nur im Takt springen. Da wird das schon. Unser Ziel ist es hier, in dieser kleinen Part 50 Münzen einzusammeln. Ob das so leicht ist? Ihr habt's gesehen. Eigentlich ist es ganz easy peasy. Nur, wow. Wie hat er mich bitte getroffen? Bäm! Uns wurden hier diverse Pfeilen aufgestellt, damit wir am Vorankommen stets hin... äh... Wer soll uns am... Vorankommen stets hinlernen. Nja! 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 Pfff! Nja! 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 Pfff! Es ist wirklich eigentlich ganz einfach, wenn man sich richtig anstellt. Das ist ganz einfach. Wir müssen einfach springen. Und das Ziel ist erreicht. Wie geht das überhaupt, dass das Minecart weiterfährt? Obwohl ich springe. Nicht von der Münze verlocken lassen. Und 70. Und geschafft. Das war cool. Squawk. Great White. Dunk. Dunk. Was jetzt mit dem Blaupausen gemacht wird, sie werden nicht abgegeben. Warum nicht? Ich will versuchen, von jedem Kong alle acht auf einmal abzugeben. Und warum ich jetzt so wenig Leben habe? Offscreen. Ich sage nur offscreen. Ich bin nämlich auf der anderen Seite. Holy crap. With that close. Okay. Ähm. God and Bananas. Äh. Du hast alles. Du noch nicht. Dir fehlen nur fünf Bananen. Ich habe auch direkt eine Vermutung, wie die sein könnten. Bam. Leben. Oh, Leben. Leben sind schön. Ich bin nämlich aufscreen fast abgekratzt. Ich musste sogar Safestates verwenden. Und hier sind sie nicht. Das ist schlecht. Okay. Ähm. Du machst euch jetzt auf einen langen Suchpart breit. Nein, also ich hoffe, ich finde die noch in diesem Part. Es sind aber auch schon vier Minuten rum. Hopp. Bam. Das ist richtig cool hier. Hier ist nix und da auch nicht. Da, da. Warum ich immer die Zeit im Kopf habe, damit ich... Das ist eigentlich meistens so bei Super Mario 64 so. Aber hier ist es auch ganz nützlich, um zu sehen, wann ich aufhören muss. Weil ich bin kein YouTube-Partner. Ich kann nur zehn Minuten aufnehmen und ich will auch ehrlich kein YouTube-Partner sein. Weil ich will nicht mit YouTube Geld verdienen. Ich finde, das ist die lameste Methode, Geld anzuschäffeln. Nicht, dass jetzt die, ähm... Die YouTube-Partner sind scheiße, sind. Nein. Ich finde die ganz... Ich finde das ganz okay. Nur halt, ich möchte mir nicht Geld mit YouTube verdienen. YouTube ist für mich, ähm... Zum Spaß da und nicht zum... Als Geld... Anlage. Als Geldautomat. Wo du dir die ganze Zeit die Kohle rausschäffeln kannst. Das ist YouTube für mich. Eine Spaß-Seite, um Videos mit anderen zu teilen oder eventuell, ähm, auch... Zu helfen. Was ich ja stets versuche mit meinen Let's Plays. Obwohl die Anfangs-Parts hier, die waren ja nicht wirklich, äh, pralle, ne? Das muss ich mir jetzt einfach mal von der Seele reden. Ach da, okay, sehr gut. Ich hab also nur auf einer Palme übersehen. Und die Bananen... Einzusammen... Yeah, alle hundert. Geil. So. Jetzt erstmal wieder den Affenkorn hier. Den King Kong der Kings. Äh, den King Kong der Kongs. LeFloid hat mal gesagt, mit, äh, Frodo, äh, auf Dr. Freud, dass, äh, alle Affen von Donkey Kong eigentlich alles Inzuchtleute sind. Mit diesem Oedipus-Komplex-Dingensens. So, schaffen wir den Boss noch? Drei Minuten. Sollte, 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 sollte ich hinkriegen, falls ich mich... Wow. Das war ein geiler Leck. Das war ein geiler Leck. Nicht... So, tüft, 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 tüft. Hier, frisst, frisst dich, fett Mann. Frisst dich dick. Duh, pf, 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 pf. So, zweieinhalb Minuten. Okay, wer ist hier? Jetzt mal mit Knarre voll reinschauen. Das war schnellere, ich mal kurz. Geiler Glitch, guckt euch das an. Das ist aber ein neisser Huss. Da? Das ist aber die, dass ich se NFLLook-Dingens. Da? Dann? so die eigentliche Taktik habt ihr jetzt gesehen das wäre schon genauso schlimm ach du kacke ok noch eine Minute nein 40 Sekunden ach du kacke mann ach du scheiße was zum Geier ach du kacke what the fuck man oh mein Gott 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 los hau ab jetzt kusch dich ich muss den Park beenden so Leute das war's für diesen Park bis zum nächsten Mal so so so